unglaublich viel dankbarkeit ich persönlich habe 30 menschen erlebt vielleicht mehr die geweint haben dann haben wir etwa das kann man nicht genau quantifizieren ich habe ja hier keine keine zähluhr aber dann haben wir etwa 3000 menschen die hand gegeben menschen sind vorbeigekommen die haben mir blumen gebracht oder haben uns blumen gebracht wir sind ja ein team von fünf leuten oder von sechs leuten frank freimuth dr frank freimuth ja dann haben wir die linping wo ist die du sind da die schien chinesische gruppen betreut hat ja dann haben wir den den tom dann haben wir wo sind unsere beiden studenten die uns geholfen haben da hinten sind die wir waren hier mit sechs leuten und also tausende leute haben uns die hand gegeben und verwechseln wir alle nicht was auf facebook vonstatten geht also diese hass kommentare mit dem was auf diesem platz war auf diesem platz war es so dass am anfang pegi da etwas entgegen gehalten hat also gegen gehalten hat die haben aber keine schnitte bekommen und seit freitag war hier eigentlich ein ich sag das mal so hass freier und 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 rechte bewegung freier raum und hier ist ein ort der demokratie entstanden und wir hatten am wochenende hatten wir teilweise 500 leute die hier standen die über rechtsbewegung rechtsentwicklung und demokratie diskutiert haben ja und noch mal ich habe unendlich viel dankbar dankbarkeit erfahren von allen leuten immer wieder menschen haben uns schokolade vorbeigebracht kuchen vorbeigebracht kaffee und andere dinge so und vielleicht noch mal ein wort über die pegida leute ich hatte die erfahrung gemacht auf der einen seite kamen hier leute hinein mit petaliensprache wir haben uns bestimmt ich habe auch gestern meine erste morddrohung erhalten ich lese die mal vor also per die kamen dann per post an meine anschrift oder haben wir dann also per post an meine privat anschrift benzin drüber und anbrennen diese islam dann gab es weitere post dann gab es post da stand dann naja eine pistole auf mich gerichtet und die und die erste war dich und deinen scheiß und die gesamten muslime ratten entsorgen ja so das haben wir aber selten gehabt wir hatten ungefähr wenn ich meinen erfahrungsbericht sagen darf in insgesamt zehn tagen wir haben hier zehn tage hier auf diesem platz gefahren hat mir vielleicht 25 leute die hier hineingekommen sind und geschimpft haben und da gab es dann leute die haben dann geschrien linksfaschisten der dreck muss weg also wir haben gehört das ist entartete kunst und andere dinge da so und das waren aber durch die wangen wenn ich das mal beschreiben da arme leute man hat gesehen die hatten schlechte kleidung also das waren verbitterte leute arme leute und ich habe das nicht persönlich genommen ich stelle mir dann eher die frage was können wir alle gemeinsam tun damit es in diesem land keine armut und keine verbitterung und die kern idee dieser ausstellung war ja auch gegen hass und gewalt von allen seiten nicht nur gegen rechte ich habe immer wieder betont man kann nicht legitim gegen rechte gewalt sein und gleichzeitig linke gewalt dulden auch so eine geschichte überhaupt gar keine frage so und und dann die normalen pegydisten ich persönlich habe hier kennengelernt ich habe den dann genannt mein lieblings pegydisten das war lustig bachmann der kam immer mit dem fahrrad hier rein am anfang hat er geschimpft ja er hat formuliert man hier macht ihren müll und dann dann habe ich mich für sein fahrrad interessiert er hat dann richtig klasse altes ddr fahrrad mit einer mit einer tschechischen schaltung habe ich hatte mir beigebracht da bin ich eine runde gefahren und haben uns unterhalten und dann noch mal gesprochen und dann habe ich gesagt mann die festerling da mit ihrem linksgrün versifften volksvernichter reden findest du das denn gut da sagt er eigentlich auch nicht und dann kommt man so ins gespräch ja und hinterher sagte der mensch ihr seid ja eigentlich ganz in ordnung so und ich fand folgendes wichtig wir haben leute die gepürbelt haben und leute die rassistisch waren die haben die herausgeworfen ja rassismus gehört nicht nach dresden das kann die frage nicht sein aber leute die ängste haben leute die befürchtung haben und andere leute mit denen haben wir geredet und ich fand ungeheuer wichtig dass wir den gegenüber mit respekt reagieren also gestern zum beispiel waren hatte ich mit drei oder vier pegi da leuten gleichzeitig gesprochen und ich habe denen dann erstmal die hand gegeben habe mich vorgestellt und dann haben wir diskutiert haben wir geredet die waren hinterher die waren betroffen können sich das vorstellen die waren betroffen und dann haben wir auch erlebt das wird vielleicht der ein oder andere jetzt ungern hören aber ich sag das mal dann haben wir natürlich auch erlebt dass auf der gegendemo dann die leute geschrien haben verpisst euch verpisst euch verpisst euch ich glaube das sollte man nicht machen weil so treibt man die leute in die rechte ecke so treibt man die leute in die rechte ecke wir müssen alle abholen meine auffassung nach und vielleicht noch ein wort also am ende ich habe dresden als offene kulturvolle stadt erleben wir haben so viele leute gehabt so viele leute die gesagt haben man toll klasse was ihr macht die dankbar waren und ganz viele besucher auch erlebt die dankbar waren also insgesamt eine wunderbare aktion und ich kann ihnen versprechen wir gehen hier mit ganz viel kraft ja mit ganz viel kraft gehen wir in die nächste stadt und wir werden die gesamte bundespolitik sozusagen bereisen in 16 städte gehen und ein stück weit diskussionen führen ja sondern so eine art forum für demokratie aufklärung gegen rassismus gegen nazis und wenn wir dann so einen kleinen beitrag geleistet haben dann bin ich stolz so und ich bin ich habe ich bin ich bin stolz auf die menschen hier sind die heute hier sind die jetzt hier sind und ich hätte mit nicht mehr erwarten wenn wir immerhin noch sagen wir 150 120 leute vielleicht ja hätte nicht erwartet dass bei diesem sau wetter noch so viele leute kommen und ich danke ihnen dafür vielen dank